Musik Wir stehen hier vor der Eishalle in Regen, eine der vielen städtischen Einrichtungen, wie zum Beispiel auch das Freibad, Bücherei, Museum. All diese Einrichtungen muss die Stadt Regen erhalten und diese auch kostengünstig und effektiv betreuen. In der Eishalle haben wir ein Vorreitermodell, denn hier gibt es zum Beispiel ein Betreibermodell. Dieses Betreibermodell läuft nur für zwei Jahre und läuft nach dieser Saison aus. Aber ich will hier alles daran setzen, dass dieses Betreibermodell auch nach diesen zwei Jahren weitergeht und noch kostengünstiger und effektiver für die Stadt betrieben wird. Musik Die Postkellerfreunde sind ein Musterbeispiel dafür, was durch starken Gemeinschaftssinn in der Stadt Regen alles möglich ist. Bei sehr stark angespannten Haushaltslage müssen wir wieder verstärkt auf den Gemeinschaftssinn bauen. Wir müssen alle an einen Strang ziehen, denn nur gemeinsam können wir was erreichen. Die Bürger wurden in der Vergangenheit nicht immer so gehört, wie sie es verdient hätten. Ich werde alles daran setzen, dass wir diesen Zustand ändern. Ich möchte die Bürger frühzeitig einbinden und mit ihnen neue und kreativere Wege gehen. Musik Im Hintergrund der neu gestaltete Stadtplatz. Diesen Stadtplatz gilt es nun mit neuem Leben zu füllen. Sei es mit Gastronomieerweiterung, neuen Veranstaltungen oder mit der Einführung eines neuen und zusätzlichen wöchentlichen Marktes. Nur so kann die Lebensqualität für die Bürger gesteigert werden. Hohe Lebensqualität und angenehmes Umfeld können Anreize für neue Firmenansiedlungen sein. Hier muss die Stadt ihrer Verantwortung gerecht werden, um Anreize für die Neuansiedlung von Firmen zu schaffen und auch die bereits ansässigen Firmen zu fördern. Sei es mit guten Verkehrsanbindungen, dem Ausbau des DSL-Netzes, aber auch bei kurzen Wegen, bei Genehmigungen und Anträgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017